Gut, was mich auch interessieren würde, ist so Immobilienmakler im Angestelltenverhältnis oder als selbstständiger Makler. Was sind da die Unterschiede? Ganz einfach, gewisse Makler-Tätigkeit, Großobjekte werden sicherlich nur im Angestelltenverhältnis in der Immobilienwirtschaft, kann man nur im Angestelltenverhältnis tätig sein. Warum? Weil hier geht es um Millionen. Und ich glaube nicht, dass jemand sofort diese Millionen selbstständig hat, um selbstständig entscheiden kann, selbstständig die Projekte durchführen. Trotz Bankfinanzierung ist es nicht möglich. Daher muss man eine Zeit lang bei einer Firma angestellt sein. Auf der unteren Ebene natürlich ist die Selbstständigkeit vielleicht auch möglich, auch empfehlenswert, gibt es vielleicht sogar noch mehr Freude als als Angestellter und unbedingt einzustreben. Ist empfehlenswert, dass man vielleicht auch vorher einmal im Angestelltenverhältnis startet, zum Beispiel bei Remax oder bei einem der größeren Immobilienunternehmen in Österreich und dann später in die Selbstständigkeit geht? Oder sind das unterschiedliche Tüten von Menschen? Sicherlich ist der Start über ein Franchising-Unternehmen hat gewisse Vorteile, aber ich kenne genug Kollegen, die nur ein bisschen bei einem Makler angestellt wurden, die auch Blut gerochen haben und dann problemlos allein selbstständig wurden. Natürlich, noch einmal, heutzutage ist die Zusammenarbeit von mehreren Maklern immer wichtiger. Und das kommt auch immer mehr, Immobilien, Börsen oder ohne das gewisse Statutfahren sind, mit Gelegenschaften. Man geht davon aus, lieber die halbe Provision schnell als die ganze, gar nicht. Aber Zusammenarbeit, also wie kann man sich das vorstellen, unter die Makler? Kennen Sie die schon von früher, also von der Ausbildung? Teilweise von der Ausbildung, weil man sieht, der hat ein Projekt, ein Objekt, wo man selber Kunden hat, ruft man an, ob er bereit ist, Gemeinschaftsgeschäft zu machen, wenn ja, wird es natürlich gemacht. Ist auch insofern vernünftig für das Image der Branche, weil der Kunde ist selig, wenn seiner Weg schnell verkauft wird oder wenn er schnell etwas findet. Das bringt die ganze Branche weiter. Natürlich, auch hier gilt Rauschau. Die Angestellten-Makler, das würde mich auch noch interessieren, also wie werden die ausgebildet? Gibt es da einen Lehrberuf für Immobilienkaufmann oder macht man Bürokaufmann, Bankkaufmann, Lehre, Versicherung? Es gibt die Möglichkeiten, einen eigenen Lehrberuf, Immobilienkauffrau oder Immobilienkaufmann, ein gemischt zwischen Makler und Verwalter und mit entsprechender Abschlussprüfung, selbstverständlich, und dann mit einem gewissen weiteren Praxis kann sich auch ein Immobilienkaufmann, der Lehrling war, selbstständig machen. Oder man macht eine gewisse Befähigungsprüfung, es gibt Schnupperkurse, Grundwissenskurse, also für alle, was da ist, wo man sehen kann, daug ich überhaupt wieder so weg, Verkaufskurse, Spezialkurse von geografischen Informationssystemen bis zu speziellem Thema wie Wohnrecht und auch Fotografie zum Beispiel, ein Makler muss ein Exposé machen, ist gut, dass sich beim Fotografieren ein bisschen ausgehen, wieder ein Beweis, ein allumfassender Beruf, mit sehr vielen Möglichkeiten, wo jeder irgendwie seine persönlichen Talente besonders einkommen kann. Gut, vom Verantwortungsbereich und von der Haftung hätte ich noch eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt angestellt bin als Makler, habe ich da weniger Haftung, als wenn ich selbstständig als Makler agiere. Ja, schicke, dann haftet für mich der Chef. Von dem Blödsinn, den ich als Angestellter sage, haftet daher der Chef. Der Herr für den Chef unbedingt wichtig, dass er nur gut schlafen kann, wenn er seine Mitarbeiter auch ordentlich ausbilden lässt. Wenn er doch Euro in die Hand nimmt und in die Ausbildung seiner Mitarbeiter steckt, bis hoch hinauf bitte, ist es wichtig, er bringt es auch wieder. Schon deswegen, wenn man sich in den Umständen schaut, nach Saugungen, nach Sport, und der oberste Gerichtshof ist beinhart und immer härter mit der Haftung des Immobilienmaklers. Und die Gesetze werden auch immer mehr verschärft. Zum Beispiel, wenn der Makler nur vergisst, Informationen zu geben, wie die Provisionshöhe nicht schriftlich bekannt gibt, muss er bereits mit Provisionsverlust rechnen. Und wenn der Makler zum Beispiel bei Verkauf einer Eigentumswohnung nicht die Betriebskosten bekannt gibt, Provisionsverlust, wenn er falsches Baujahr bekannt gibt, dass dadurch das Haus weniger wert wird, muss er Schadenersatz leisten und zusätzlich noch Provisionsverlust. Also die Damokrischwerte für schlechtes Arbeiten sind beim Makler ehrsinnig hoch. Darum umso wichtiger eine ordentliche Ausbildung. Arbeiten